So, der Pfad vor euch ist steil bla bla bla. Ah, hier kann man jetzt alles machen, auch Waffen schmieden. Uuuuhhh. Ah, der Mahlzahn. Erdzahn. Von hier kann ich einfach noch gar kein... Was ist das denn? Alter. Es ist auch noch keine Waffe stärker, aber jede Waffe gibt einen Skin, ne? Uuuuhhh. Und die macht auch die Element Arts krasser. Uuuuh, der Sturmflügel. Der ist besonders gut in Kombination mit meinem Viereckangriff. Aber dafür brauche ich ne Bestienmähne. Und hier brauche ich halt... Habe ich Erdarts? Aber es lohnt sich ja eh nicht, weil... Die können das zwar herstellen... Das Design der Waffen gefällt mir aber... Was ich auch cool finde, dass man wirklich, äh, die Waffen... Sieht, wie die aussehen tut. Also es gibt's halt nicht in jedem Spiel. Da kauft man sich ne Waffe und dann... Obwohl mittlerweile eigentlich schon, ne? Das war das Aussehen der Waffe... In Final Fantasy war es ja auch immer der Fall. Ja. Aber was ich hier halt cool finde, ist... Man kann die Waffe ja dem Aussehen trotzdem geben, aber die Werte der anderen Waffe... Das würde ich mir bei Final Fantasy, ähm... Das hätte ich mir bei dem Original Final Fantasy 7 gewünscht, aber das ist ein sehr altes Spiel. Weil da gab's ne Katana. Die hab ich gern getragen, aber die hatte halt... Die war halt nicht gut. Ich glaube, die hatte gar... Also ich glaube, die hatte... Keine Materia Slots. Ich hoffe, die Katana schafft's aber ins Remake wieder rein. Und... Dort ist es ja egal. Weil man die Waffen aufwerten kann. Und die sind alle auf unterschiedliche Art und Weise stark. So, ich glaube, ich kann den Mahlzahn mal herstellen. Einfach nur... Weil wir's können und dann verkaufen was. Das hat nämlich nur einen Sinn gehabt... Das zu machen. Und zwar... Für den Skin. Und weil... Damit wir's einmal hergestellt haben und... Weißt du was? Die ganzen Flügel hier... Ich mach dich zu einem Schieber! Ja, dann kann ich den nicht ernst nehmen, nee. Lassen wir die Flügel einfach weg und so. Es... Es... Es sieht schon cool aus, aber in manchen Sequenzen ist das einfach... Im Weg. Wir könnten denen auch noch ein anderes Aussehen verpassen. Aber noch... Bleib ich bei den Standardsachen. Damit das halt auch noch besser zur Story passt. Erst wenn er die fette Rüstung bekommt. Er bekommt ja noch ne Rüstung. Erst wenn er die hat, gebe ich ihm vielleicht ne andere. Verdeck einfach... Das Lustige ist ja, durch die Maske, die er vorher trug, konnte er ja sehen. Also ich denke mal... Wenn ich ihm das linke... Wenn ich ihm das linke Auge auch noch verdecke... Kann er trotzdem mit rechts sehen. Aber wenn das nicht so aussieht. Er konnte ja vorher... Vorher hatte er ja die komplette Maske auf. Wie er dadurch sehen konnte, ist mir nur ein Rätsel. Wenn die Flügel wenigstens nicht so groß gewesen wären. Aber diese Piratenklappe, die gebe ich noch jemandem. Ich bin okay, Rere. Oh, Sephir fehlt in unserer Gruppe jetzt. Ich spüre die Anspannung. Des Teams. Sephir war immer derjenige, der vernünftig war. Der Erwachsene der Truppe. Der Älteste ist ja Alphen mit seinen 21 Jahren. Aber die anderen sind halt... In dem Sinne noch... Kids. Ah, ich finde es auch genial, dass die Arts hier einfach keine Magie kosten. Okay. Parallax-Stein. Oh. Ah. 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 Jetzt habe ich den Zauber überschrieben. Ich habe den Zauber aufgesucht. Ich habe den Zauber aufgesucht. Ich habe den Zauber aufgesucht. Ich bin hier im Alkheim. Warum hast du das so geschlossen? Aber warum ist Zooglu? Los geht's! Oh, die macht solche Zauber auch. Ah, hier ist jemand. Wem wir heilen können. Ich war auf der Suche nach Nahrung und habe mich verletzt. Bitte lasst mich nicht hier zurück. Ich überlasse euch dafür das hier so. Uh, Erdsamen, danke. Sie hat uns ihren Samen geschenkt. Ich habe noch nie den gleichen Zauber. Er hat zweimal gewirkt, ne? Oh, der war mächtig. Oh, die macht unglaublich viel Spaß. In der Demo konnte ich sie nicht so genau testen, weil es gab ja da kein Tutorial zu den Charakteren richtig, was die so machen können. Obwohl, gab es, glaube ich, schon. Ich habe es noch nicht gelegt. Das kann nämlich auch sein. Aber irgendwie... Musste ich davon nichts. Was ist das? Das war's für mich. Die kann aber wirklich mächtige Zauber wirken. Oh, endlich mal was Besseres. Oh, der hat auch was Besseres, wusste ich noch gar nicht. Onyx. Wird Zeit, dass die auch ihr Onyx-Dingens bekommt. Und jeder hat eine Onyx-Rüstung, nur sie noch nicht. Also unsere Magierin. Die Magierin macht mir unglaublich viel Spaß momentan. Geh weg! Wird Zeit, dass ich auch noch andere Arzt von ihr teste? Hat sie? Ne, Luftarzt hat sie noch keiner. Feilsturm. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Da brauche ich halt drei für. Und anstatt Luftstoß den stürmischen Nagel. Und anstatt Luftstoß. 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 Halt sie zu mir vom Leib. Und anstatt Luftstoß. Habe ich da eigentlich auch schon alles gesammelt? Und anstatt Luftstoß. Halt sie zu mir. Und anstatt Luftstoß. Halt sie zu mir. Und anstatt Luftstoß. Und anstatt Luftstoß. Und anstatt Luftstoß. Und anstatt Luftstoß. Anstatt Luftstoß. Und anstatt Luftstoß. Und anstatt Luftstoß. Und anstatt Luftstoß. Und anstatt Luftstoß. Anstatt Luftstoß. Und anstatt Luftstoß. Und anstatt Luftstoß. Und anstatt Luftstoß. Und anstatt Luftstoß. Anstatt Luftstoß. Und anstatt Luftstoß. Und anstatt Luftstoß. So. Da ist er, der Wolf. Der Wolf. Das ist hier ein Flechner. Aua! Ach man, haltet bitte, verbleibt! Das ist hier, der Wolf. 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 Aber der Wolf. Das ist hier, der Wolf. Die haben, der Wolf. Bei, der Wolf. Das ist hier, der Wolf. ist hier, der Wolf. Das 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 ist hier. Das ist hier, der Wolf. 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 Auch wenn die Wirkung noch nicht verpufft ist. Keiner hat was mit mir zu besprechen, irgendwie. Nehmen wir nochmal Rimmel. Rimmel, wir sprechen ein bisschen. Hat sie immer noch keine Acht Mahlzeiten hergestellt. Zubereitete Mahlzeiten, Acht. Kann ich irgendwo die Titel sehen? Durch Boost-Angriffe aufgehaltene Artwirkungen, Sechs. Nebenquest-Fortschritt der Eulenwald. Spoiler! Wachsamkeit ist eine Art. Das den Angriff und den Metallangriff eines Verbündeten für eine bestimmte Zeitung... Ah, okay, das ist sowas. Nehmen wir das. Aufnahme abspielen? Was ist das denn? Aktivitätsfeed? Ist das hier? Nebenquest. Müssen wir uns auch noch hinbegeben. Wie hieß denn der letzte Eiswolf-Anführer? Ach, seine Schwäche war Feuer? Das war mir irgendwie klar. So.